Sieglinde Kofler, Primarin der Inneren Medizin Krankenhaus Meran. Also dieses Treffen zur Präsentation der neuen Chefärzte ist eine wichtige Maßnahme, um unsere Arbeit wertzuschätzen. In dieser Post-Covid-Zeit ist es äußerst schwierig. Wir wollen die Zufriedenheit unserer Patienten und Zufriedenheit erreichen, vor allem durch eine Personalakquirierung. Wir brauchen Personal in Pflege- und im Ärzteteam. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, auch Südtiroler, die im Ausland ihre Facharztausbildung gemacht haben, zur Rückkehr zu bewegen. Wir können in Südtirol sehr gut klinisch arbeiten und haben auch hier die apparativen Voraussetzungen hierfür.